Marutenshova Dainichi Toyotas Mikroflop 50 cm Nisai Weibull haben wir auch als Tossai gekauft sehr gute Qualität ich bin jetzt noch in der Entwicklung das ist jetzt sehr ehrlich aber das wird noch super gut Sumi sehr gut schöne Verteilung hat Motogura und beiden Flossen sieht man hier sehr schön Entmaß hier kann 80 schaffen oder einen schönen langen Kopf wer Interesse hat er kann noch dort bleiben bis Mai Felderungskosten sind im Bereich inklusive